Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video, in dem wir euch die Strecke in See bringen im BMW M4 GT3 näher bringen möchten. Und zwar würde ich unser Fahrer Marvin einmal mitnehmen auf eine schnelle Runde und das ganze anschließend noch mal in langsamem Tempo erläutern. Viel Spaß! Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir kommen zu unserem ersten Bremspunkt und zu unserer ersten Kurve hier auf Sebring. Wir fahren mit der Brake Bias von 50,5. Also eigentlich fast wie immer. Denn wichtig ist beim BMW, dass ihr die Brake Bias möglichst mittig habt, beziehungsweise so weit in der Mitte wie geht, aber auch, dass es nicht so unruhig wird. Das heißt, wenn ihr Probleme mit 50,5 habt, geht erstmal auf 50,8 oder 51 und schaut, dass ihr da Stabilität ins Auto bekommt. Denn je weiter mittig die Brake Bias ist, desto mehr Bremskraft könnt ihr auch auf die Straße übertragen, das heißt, desto kürzere Bremswege habt ihr auch. Und desto einfacher ist es auch für manche Kurven, das Auto anzustellen. Das heißt, das Heck ein bisschen rotieren zu lassen beim Kurveneingang auf der Bremse. Unser erster Bremspunkt befindet sich hier in diesem Knick in der Boxenmauer, beziehungsweise in dem Knick in dem Schatten. Das seht ihr ja, das kommt ja von der Boxenmauer. Wir bremsen ungefähr mit 50 bis 60 Prozent rein. Probieren dann den Apex hier zu treffen. Das ist diese rote Pylone. Ist sie rot? Rot-orange. Die hier oben in dem Fangzaun hängt. Dafür müsst ihr die Event-Details für die In-Game-Graphics auf Mittel stellen. Dann seht ihr die nicht. Ich würde euch aber empfehlen, selbst wenn ihr nicht so einen guten PC habt, stellt ihr irgendwas anderes lieber runter. Aber diese Event-Details sind super wichtig, denn dort habt ihr immer wunderbare Bremsmarker und sonst geht euch tatsächlich einiges an Details verloren. Wie das Ganze aussieht, schauen wir jetzt. Brems hier 50 bis 60 Prozent rein. Ich fange Trailbreaker dann noch ein bisschen, damit ich hier den Turn-in bekomme. Hier seht ihr die Pylone oben im Fangzaun. Das ist auch so mein Marker, nachdem ich kurze Zeit später wieder Vollgas gebe. Ihr seht, ich verlasse hier die Linie und jetzt geht es wieder aufs Gas. Wir haben in den vierten Gang geschaltet und bleiben jetzt für die Gerade auch im vierten Gang. Denn bis zum Ende der Gerade schaffen wir es nicht mehr in der fünften und deswegen wird sich das nicht lohnen. Hier ist unser nächster Bremsmarker, kurz nach den drei Pylonen hier. Dort bremsen wir wieder mit unseren berühmten 80, 82 Prozent rein. Für die QualiLab können es auch 85 oder 90 sein, denn wir haben hier eine harte Bremszone. Das heißt, die verläuft gerade. Wir müssen erst ab der Einser-Pylone anfangen zu Trailbraken. Deswegen haben wir hier ein ganzes Stück, wo wir einfach nur hart geradeaus bremsen. Wir fahren die Kurve dann im zweiten Gang. Probieren ein bisschen von dem Innenkörb zu cutten. Nicht zu viel, der instabilisiert das Auto so ein bisschen. Da müsst ihr halt schauen, was ihr besser findet, wenn es euch zu instabil ist. Dann fahrt um den Körb herum, um den Innenkörb. Aber ich empfehle, den ein bisschen zu cutten und auch in der Rechtskurve, also dieser Rechtsknick, der danach kommt, auch den Innenkörb ein bisschen zu cutten. Wie es aussieht, zeige ich euch jetzt. Fangen wir mit dem Trailbraken an. Jetzt geht es so langsam wieder aufs Gas. Ihr seht hier diesen Knick im Körb. Da wollen wir auf jeden Fall drüber, aber nicht mit Vollgas. Sonst kann es sein, dass das Heck ausbricht und wir sehr, sehr viel Zeit verlieren. Und auch hier über diesen Körb wollen wir natürlich wieder drüber cutten, damit wir einen möglichst großen Winkel für die nächste Linkskurve haben. Schalten wir in den dritten Gang. Und ungefähr ab den Bremsspuren hier fangen wir wieder an zu bremsen. Ich würde sagen, da wir direkt mit dem Trailbraken wieder anfangen müssen, weil wir ja in die Kurve reinbremsen, sind es wieder so ganz kurz 50%, 50, 60%. Schalten dann in den zweiten Gang, dass wir hier besser rumkommen. Können hier auch wieder ein bisschen vom Innenkörb cutten. Das liegt aber an eurer Präferenz, ob ihr mit der Instabilität, die damit einhergeht, gut klarkommt oder halt nicht. Man kann ein bisschen Zeit gut machen, man kann aber auch, wenn man das andere gut beherrscht, um den Körper herumfahren, bis man die Linie richtig trifft, kann man genauso viel Zeit gut machen. Das ist tatsächlich persönliche Präferenz einfach in dem Moment. Fangen hier an zu bremsen, habt ihr es gesehen, fast 50% hatte ich. Gehen hier wieder dann aufs Gas. Also auf dem Weg. Auf dem Weg zum Curb gehen wir dann aufs Gas. Probieren hier dann über den Curb zu fahren. Halten das Gas bei Halbgas und dann am Exit geht es wieder aufs Vollgas. Das Ganze natürlich im zweiten Gang. Jetzt natürlich die ganze Zeit Vollgas, ist ja klar. Wir sind hier in einer Vollgaspassage, hier gibt es ja nicht viel zu lenken. Deswegen. So, jetzt kommen wir zu unserem nächsten Bremspunkt. Der ist hier kurz nach den vier Hütchen. Fast schon zwischen den dreien und den vier Hütchen. Ist auch wieder eine sehr, sehr harte Bremszone. Wir bremsen bis zu 90% rein für die Quali Lab. Für eure Race Lab wieder 82%. Ihr kennt es, ich habe es ja jetzt schon öfter mal gesagt, dass ihr im Rennen am besten die Reifen nicht überbremst. Denn auch in einem 20 Minuten Rennen, wenn ihr da die Reifen zu sehr überbremst und zu sehr erhitzt, kann das fatale Auswirkungen haben. Ihr merkt dann schon nach 10 Minuten, boah, ich habe keinen Grip mehr vorne und das wollt ihr natürlich nicht. Deswegen achtet so ein bisschen auf euren Bremsdruck. Die Kurve fahren wir dann im ersten Gang. Wir schalten möglichst schnell runter, damit wir auch noch möglichst viel von der Motorbremse mitnehmen können. Und fangen dann hier ab dem ersten Hütchen, beziehungsweise da, wo der Curb hinten anfängt, an mit dem Trailbraken bis in den Apex rein. Und probieren dann möglichst früh wieder auf dem Gas zu sein oder möglichst früh wieder auf dem Vollgas zu sein. Denn es ist wichtig, dass ihr nicht nochmal lupfen müsst, weil wenn ihr am Ende nochmal der Kurve nochmal lupfen müsst, verliert ihr viel, viel mehr Zeit, als wenn ihr einfach einen Ticken später Gas gegeben hättet. Wie das Ganze aussieht, schauen wir jetzt. Ihr seht sich von ungefähr bei 90%. Jetzt kommt der Curb, ich fange an einzulenken, fange an mit dem Trailbraken und hier haben wir dann unseren Apex und hier geht es dann auch schon wieder aufs Gas. Dass wir hier, hier können wir auch den Curb so ein bisschen cutten, seid ein bisschen vorsichtig, vor allen Dingen innen von der Hairpin. Ich zeige es euch nochmal. Fahrt hier nicht über das Gras. Das macht das Auto so instabil, lässt das Auto unerwartet rotieren. Ihr habt Oversteer und da verliert ihr so viel Zeit. Dann fahrt lieber ein bisschen größeren Bogen, als da Zeit zu verlieren. Und natürlich beim Rausbeschleunigung auch darauf achten, dass ihr gemächlich Gas gebt und nicht direkt auf Vollgas, sonst habt ihr auch wieder Oversteer und verliert Zeit. So, hier ist unser nächster Bremspunkt. Der befindet sich hier bei den Dreierhütchen. Auch wieder harte Anbremszone. Hier, wo das letzte Hütchen steht, ist dann wieder unsere Trailbrake-Zone bis in den Apex rein. Wir fahren die Kurve dann auch im zweiten Gang. Die Hairpin haben wir natürlich im ersten gefahren. Ist ja klar, sehr, sehr langsam oder langsamste Passage der ganzen Strecke. Da lohnt es sich dann auch in den ersten zu schalten. Bremsen hier wieder mit bis zu 90% rein. Wir fangen dann hier ab dem letzten Hütchen an zu Trailbraken, fahren die Kurve dann im zweiten Gang und probieren hier auch möglichst früh wieder auf dem Gas zu sein. Guckt ein bisschen auf den Innenkörb. Der kann manchmal gut sein, wenn man den mitnimmt. Da kommt es aber wirklich auf den Winkel an. Kann manchmal aber auch das Auto so blöd hochwerfen, dass ihr dann direkt Oversteer habt. Muss nicht heißen, dass ihr euch direkt dreht, aber auf jeden Fall Zeit verliert. Wie das aussieht, schauen wir jetzt. Ihr seht, es ist ungefähr 80% habe ich jetzt gebremst. Hier in den zweiten Gang fangen wir dann hier wieder auf dem Gas an. Ich bin hier ein bisschen über den Curb gefahren, einfach um ein bisschen Rotation zu kriegen. Aber ich bin nicht auf den Curb gefahren, das ist wichtig. Und hier den Curb lasst du am besten auch links liegen, denn der bringt euch nichts. Und für diese ganze Passage, also das heißt, ab hier geht ihr erstmal bis zur nächsten Bremszone, nicht vom Gas. Also ihr probiert wirklich nur die nötigsten Lenkbewegungen zu machen, dass ihr keinen Oversteer habt. Das kann hier nämlich auch passieren, vor allem hier in der zweiten rechts, die hier vorne, ach, der zweite links, die hier vorne kommt. Also seid vorsichtig auf dem Gas. Zur Not lupft ihr ein bisschen, falls ihr mal too wide fahrt oder so. Also alle diese harten Anbremszonen sind natürlich auch ideale Überholpunkte, ist ja klar. Die meisten, diese, ich würde sagen, von diesen kurzen Trailbreak-Anbremszonen, da würde ich eher von abraten, da zu überholen. Weil die Strecke dann teilweise immer so eng wird. Ja, das ist immer sehr, sehr ungünstig. Aber auch gerade hier die Passage, die ist sehr, ja, da kriegt man auf jeden Fall ein bisschen Puls, wenn man da zu zweit oder sogar zu dritt durchfährt. Das würde ich euch nicht empfehlen. Dann setzt den Überholvorgang lieber woanders. Aber hier ist schon, schon sportlich, sagen wir es mal so. Wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall immer schön nah an den Curbs entlang fahrt. Außer an dem hier, da mache ich jetzt tatsächlich einmal den längeren Weg, mache hier einen Bogen, dass wir hier für die nächste, für die Rechtskurve, eine gerade Anbremszone haben. Das heißt, dass ich mehr Bremskraft auf die Straße übertragen kann. Man kann ja auch schräg anbremsen, ja, aber ich bin eher der Freund davon, hier gerade anzubremsen und dann einen schönen Exit für das nächste Vollgasstück zu bekommen. Der Bremspunkt ist dann hier bei den zwei Hütchen. Wir bremsen wieder hart rein, einmal kurz bis 80% hoch ungefähr und fangen dann auch relativ zeitnah an mit dem Trailbreakern. Denn ihr seht, die Kurve geht direkt rum, fahren die Kurve dann im zweiten Gang. Und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Ihr seht, einmal kurz hart reingebremst. Jetzt fange ich schon bei dem Asphaltwechsel, also hier an zu Trailbraken oder kurz davor. Nehme hier ein bisschen vom Innencurb mit, muss man aber nicht. Habt dann dadurch auch ein bisschen Oversteer. Am besten ist es, wenn ihr ihn nicht mitnehmt. Passt aber auf, dass ihr hier nicht so weit rauskommt. Das kostet auch ein bisschen Zeit, ihr kriegt ein Off-Track. Aber das ist nicht unbedingt ein Todesurteil, wenn ihr draufkommt im Rennen. Man kann das hier auf der Strecke, finde ich, gut kontrollieren. Gerade auch, wenn man Turn 1 zum Beispiel weit fährt. Ist immer ungünstig, aber wenn ihr es geschickt macht, dann passiert im Grunde nichts. Hier könnt ihr jetzt die Körpers innen immer so ein bisschen kappen. Achtet nur darauf, dass das äußere Rad, also hier auf der rechten Seite, nicht den Körper rührt. Sonst gibt es einen Off-Track. Das ist immer wichtig. Und hier ist unsere nächste Anbremszone. Das heißt, mit den Track Limits ist das sowieso in dieser Passage so ein bisschen seltsam auf Seabring. Ihr würdet erst ein Off-Track bekommen, wenn das linke Rad den Innenkörb berührt. Also nehmen wir natürlich den kürzesten Weg, auch wenn es das Auto so ein bisschen instabil macht, weil der Körb nach außen hin, also das heißt zur rechten Seite, ein bisschen abfällt. Aber wenn man das so ein bisschen geübt hat, dann gewinnt man da auf jeden Fall Zeit. Wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Einmal kurz hart reingebremst. Jetzt kommen wir hier zu den Pylonen, fangen an mit dem Trailbraken. Jetzt seht ihr, ich überfahre den Körb mittig. Bleibe dann aber für diesen Körb hier, also ihr seht, sobald ich die Lenkung wieder gerade machen kann, gebe ich wieder Vollgas. Diesen Körb würde ich halt nicht überfahren, denn für die nächste Kurve brauchen wir ein stabiles Auto. Das würde hier heißen, wir würden das Auto instabil machen, wenn wir den Körb überfahren. Deswegen fahre ich hier nur drauf, also ganz normal auf den Körb, wie man das sonst halt auch machen würde. Und jetzt kommt die seltsamste Stelle von Guns Seabring. Ich habe mich immer gefragt, woher ich weiß, wie viel ich da ausholen muss. Ihr seht hier so diesen, diesen helleren Bereich, beziehungsweise hier ist so eine Fahrspur eigentlich. Da fahrt ihr einfach entlang. Das kann man nicht erklären, warum das so ist. Aber ja, es ist halt so. Ihr bremst dann einmal ungefähr hier, mit 50, 60 Prozent rein, weil ihr dann direkt wieder Trail Breaken wollt. Macht dann das Gleiche, wie in der Rechtskurve, die wir gerade durchfahren haben. Wir überfahren wieder mittig den Körb hier, auf der rechten Seite, damit wir möglichst wenig Weg und einen guten Exit bekommen. Das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt. Wir bremsen einmal kurz hart rein, bis 50 Prozent. Und da ich eine gute Rotation hatte, kann ich hier dann den Körb mittig überfahren und beim Verlassen des Körbs und wenn ich sehe, dass das Auto nicht auf das Gras kommt, kann ich wieder Vollgas geben. Wichtig, hier ist es super wichtig, dass ihr nicht aufs Gras kommt, denn das kostet sehr, sehr viel Zeit. Wir haben jetzt eine lange Gerade, auch eine gute Überholzone und wollen natürlich hier möglichst viel Speed mitnehmen. Und das Gras hier außen kostet sehr, sehr viel Zeit. Ist auch sehr gefährlich, was Overs die eingeht, beziehungsweise die habe ich mir auch schon oft gedreht. Also, macht es nicht. So, die nächste Bremszone ist ja auch wieder ein bisschen schwierig. Wir fangen hier bei der Zweierpilone an, einen zu lenken und bei der Einserpilone an zu bremsen. Das heißt, ihr macht hier einmal so einen kurzen kurzen Schlenker nach rechts, dass wir hier quasi so eine Linie fahren können und dann gerade anbremsen können. Das finde ich extrem wichtig, einfach, weil wir wenn wir lenken, anbremsen, erleben wir extrem viel Bremskraft, beziehungsweise der Reifen schiebt nach vorne, wir älzen die Reifen, das geht wieder auf die Reifen, Lebensdauer und so weiter. Deswegen bin ich hier ein Freund von hier bei der Zweierpilone einlenken, bei der Einserpilone ist dann gerade anbremsen, bis nach außen zu den anderen Pylonen hier und dann im dritten Gang einlenken. Wie es aussieht, zeige ich euch jetzt. Hier lenke ich ein, hier bremse ich an, dass wir hier über die Linie fahren können. Also ihr habt es gesehen, ich war ungefähr bei, habe nicht ganz so hart reingebremst, weil wir ja noch in dieser Rotationsbewegung drin waren. Die lässt sich natürlich nicht ganz vermeiden, aber ich habe schon probiert, gerade wieder zu lenken, deswegen sind wir ungefähr bei 70, 75 Prozent. Lassen wir uns dann hier nach außen tragen, Trailbraken noch in den Apex rein, denn hier wird es erst wieder enger, die Kurve und dann öffnet sie sich. Aber im Grunde könnte man sagen, sobald ihr, da kommt es natürlich auch auf euer Field of View an, aber sobald man ja hier das Weiß von der von der Boxenmauer sehen kann, könnte wieder Gas geben. Da kommt es dann natürlich auch drauf an, habe ich jetzt ein bisschen Oversteer oder nicht. Man hätte bestimmt auch noch ein bisschen mehr Speed mitnehmen können, aber ich fand das so schon ganz gut. Also ihr habt ja auch gesehen, wir sind im dritten Gang, sind wir ja natürlich durchgefahren, schalten dann relativ schnell in den vierten und probieren dann natürlich ohne Liften. Das ist auch wieder wichtig, dass ihr am Ende der Kurve nicht liften müsst. Deswegen lieber einen Tacken später Gas geben, dann Vollgas mitzunehmen. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann teile es gerne, like es, lass auch gerne einen Kommentar da und wir freuen uns, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann!